Wunderschönen guten Tag Sportfreunde und solche, die es werden wollen, die ihr auf der Suche seid nach einem Extremsportmagazin im deutschen Fernsehen. Glückwunsch, ihr seid fündig. Sportextrem, Fun und Action in 360 Grad, hier auf ZDF Info. Sonntag um 23.15 Uhr nehmen wir euch mit in die verrückte Welt des Internet und zeigen euch, was Menschen imstande sind, mit sich selbst und diversen Materialien sportlich anzurichten. All das könnt ihr parallel verfolgen auf unserem Blog sportextrem.zdf.de. Das sollten genug Gründe fürs Einschalten sein. Deswegen sehen wir uns einfach am Sonntag.